Musik Ich bin jetzt ein paar Kilometer hergefahren und in Sachsen kann man halt überall angeln. Das ist gigantisch, das ist unglaublich. Und heute nehme ich mir der Moritzsee vor, das heißt heute werde ich ein bisschen spinnangeln. Oktober, ja ihr seid am Atem schon ein bisschen richtig kalt, aber goldener Oktober, die Woche wird es definitiv echt schön, haben sie mal angekündigt und ich denke mir kurz bevor der Winter kommt, ja so wie bei den Beeren auch, schlage ich die Raubfische eben den Bauch noch voll. Hoffe ich jedenfalls zu meinen Gunsten und dann denke ich mir, würde ich mir natürlich wünschen, dass ich einen Zander heute, auf Zander habe ich es abgesehen. Aber ja, so ein Hecht oder so, der hätte mir auch Spaß machen. Wie auch immer. Dann würde ich sagen, wenn ich aufgebaut habe, melde ich mich nochmal und dann komme ich zum Köder und kobe. So machen wir das. Bis gleich. Musik 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 trump Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020